Kommen wir nun zu den drei Rotationszyklen. Die erste Drehung kennen wir alle. Unsere Erdkugel ist 12 Stunden hell und 12 Stunden dunkel. Die zweite Drehung ist eine komplette Orbitaldrehung um unseren Heimatstern. Eine komplette Rotation dauert plus minus 365 Tage. Nach zwölf Monaten beenden wir diesen Jahreszyklus mit einem globalen kollektiven Feuerwerk. Die dritte kaum erkennbare Drehung nennt man auch die lange Zählung oder das große Jahr. Unsere Erdachse ist geneigt und diese Schieflage dreht sich ebenfalls. Alle drei Rotationszyklen erzeugen eine astronomische Ausrichtung, die nur zweimal im Jahr passiert. Die Tag- und Nachtgleiche. Es ist der Moment, wo die Erde sich exakt zwischen Sommer- und Winterzeit befindet. An diesem Tag geht die Sonne überall in der Ostrichtung auf. Wenn Tag und Nacht gleich lang sind, erzeugt die große Pyramide ein Lichtsignal. Durch diese Schattierung erkennt jeder, dass die große Pyramide nicht vier, sondern acht Seiten hat. Nachzar Magee. Durch diese Schwanz rum!